Ansonsten machen wir jetzt noch mal ein Labor. Also ich bin es tatsächlich ein bisschen leid, jetzt hier zu warten, bis die Metalle fertig sind. Problem ist, wir haben keine Möbel. Das ist eigentlich das große Problem, dass wir keine Möbel haben. So, Stein sieht sehr gut aus, aber gut, okay, das braucht ja auch kaum noch einer. Das geht anscheinend auch klar, ne? Genauso wie Leben. Oh nein, Strange Murder, hör auf. Nein, 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 nein. Oh, die, was war das? Oh, ja, ja, scheiße. Okay, wo ist die Leiche? Ermordet. Ich brauche meinen Zettel. Oh, ich habe übrigens noch gar kein Knast und so weiter, ne? Das machen wir als nächstes. Ach Gott, ich habe keinen Stift mehr. Er ist dann schon aufgefallen. Geht der? Ah. Also. Eifara? Wie, Linkler? Linkler? Ja. Ah. Wer steht hier noch? Drüstern Puffrat. Drüstern Puffrat. So, ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen. Sorry. So, weiter geht's. Tur-Chi-Gon-Traf. Wie? Tur-Chi-Gon-Traf. Sind die drei Verdächtigen... Ah, warte mal. Bläufst du gerade weg? Ne, er kommt dazu. Und er geht. Okay, der wohnt hier auch gleich. Hauptverdächtige ist, finde ich, Eifara Linkler. Wollen wir Eifara einfach mal begleiten? Sie wird nicht gleich wieder zuschlagen, das ist mir auch klar. Das ist einfach 69 Jahre alt. Also, sie hätte gern Kannibalismus. Das nähert ja meinen Verdacht, dass sie das ist. Naja, gut. Naja, gut. Wir beobachten. Und warten auf den nächsten Mord. Ähm, so. Kerker. Ähm. So. Ein Wack-Post. Ah, Kacke. Kann ich nicht machen, ne? Kerker kann ich bauen? Müssen wir ja ganz kurz überlegen, wo ich den... Ah. Packen wir den hier mit rein? Komm, wir packen den hier mit rein. So, Kerker. Oh, der ist aber ein bisschen klein. Äh. Ja, das ist sehr, 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 sehr zu klein. Vielleicht... Wir können ja das hier abreißen. Ja, ich hab ne Idee. Oh, Quatsch. Äh. Lore. Kerker. Ja, doch. Dann mach ich die Blumen wieder weg. Ja, ja, ja. Alles gut. I have an idea. So. Dicke, fette Kerker. Eins. Äh. Vier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann machen wir was anderes. Nee. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, vorne ein bisschen freilassen. So. 192 Metalle. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Entferne. Bitte die Blumen. Und das hier. Wir bauen WG. Und zwar Stone Street. Ah, naja, gut, okay. Ich hab's eins zu kurz gebaut. Ist aber egal. So, Zäune machen wir gleich. So. Dann kommt hier nämlich nochmal ein... Äh... Nee. Nee. Fortification. Wo ist denn das? Steinmauer. Steinmauer. Äh, ich weiß noch nicht ganz, wie ich's baue. Ich würd nämlich hier auch gern das andere alles setzen, was zum Law gehört. Also ein Schafott. Kriminell und andere Gefangene für die Explosion verbracht werden. Send your criminals. Ja, da ist er, Serial Killer. May the God... God save us. The Collector has struck again. Allora Willington. 20 was found in the morning. Again the Krytonia. Gewissens. Two eyes witness claim over have seen Ollerin Tilda at the scene of crime of the... The Suspect is aggravated while claiming innocence act very suspiciously. He should... We should arrest this person. Wie heißt sie? Ollerin Tilda? Ollerin Tilda. Glaube ich nicht, dass sie es ist. Nein. Stopp. Eins. Wo ist der Tote? Wer hat da... Ach Gott, hier ist ja nicht ein einziger dabei, der passt. Scheiße. Sorden Gainsborough. Terence Lonewolf. Aka Kalabraja. Wo befindet sich? Aifara. Glück habe ich so viele. Aifara Linklar. Ist hier. Und der Mord ist hier oben. Okay, sie ist es tatsächlich. Wahrscheinlich nicht. Ollerin. Was macht sie? Sie relaxen. Ollerin Tilda. Destination? Ach Gott. Ich werde diesen Serienkiller wieder nicht finden. Ich habe auch keinen Knast. Da geht es ja schon los. Ähm... Ja, gut. Spätestens jetzt ist die Entscheidung getroffen. Ich werde einen neuen... Ein neues Labor bauen müssen. Ich würde es hier unten hinsetzen wollen. Oh Gott, das ist schon wieder so ultra groß. So. Ja. We need Möbel. Oh, perfekt. Beliebig erweiterbar. Natürlich. Na, kostet mich natürlich auch wieder 6 Milliarden Möbel. Warte, machen wir hier schon Steine? Nee. 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 Können wir hier gleich mal auf Steine erweitern. Ach Gott, ja. Hier, dann muss ich den Rest auch gleich machen. Also, ich muss überhaupt nichts, aber ich würde es gern. Dann haben wir die Ecke hier oben auch schon mal fertig. Und das müsste es dann gewesen sein, ne? Nee, da fehlt... Dieser kleine Weg fehlt. Okay. So, diese Lücken könnte man theoretisch auch wieder mit Bäumen und sowas füllen. Oder mit... Ähm... Blumen. Das wäre theoretisch möglich. So, warte mal. Da ist ja länger keiner gestorben. Ollerin Tilda. Wird sie wieder töten. Wie sagt ich? Ich denke nicht, dass sie es ist. Aber okay. Shit, alter. Another killing. Ja. Sie ist es definitiv nicht. Warte mal. Äh, wo ist die Leiche? Da oben. Sag mal, ist Ollerin Tilda nicht hier? Fack, sie ist es. Jetzt habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Okay, sie muss es sein. Wer ist denn hier noch unterwegs? Rex Weinmeier? Ollerin Tilda? Ollerin Tilda? Oh ja, Grimfalder. Adel Hilda. Wo ist sie Prinz? Ne, es muss sie sein. Go to workplace. Houses. Prosecute. Ja. Shit, alter. Shit, alter. Sie ist es wirklich. Könnten wir sie... Ah, sie wird nicht arrested, weil wir haben niemanden, der sie arresten könnte. Das klickt der Elevator Subject into a Position of Power. Ne. Nein, geh nicht weg. Ich will Ollerin beobachten. Nein, was ist denn jetzt los? Okay, jetzt wird es dunkel. Jetzt wird es natürlich schwierig. Fühlt sich einfach Menschen so auf dem Weg? Ollerin, Ollerin. Oh, oh. Kontakt. Ich habe überlebt. Oh. Ollerin Tilda. Working. A Kretonian Burger. Tja. Es spricht vieles für sie tatsächlich. Außer jetzt passiert gleich ein Mord. Ob die wissen, dass ich sie beobachte? Oh, ist so schnell. Oh, Alter. Es ist nicht euer Ernst. Extreme Temperatures, natürlich. Natürlich. So, tötet sie ihn? Nein. Oh, spannend. Wird es Ollerin Tilda sein, oder nicht? I've always dreamt about being a Koch. Mhm. Ja. Wird sie nicht sein. Ah, wir beobachten. Jetzt könnte sie Menschenkontakt haben. Oh, da überholt sie jemand. Aber sie lässt die Leute leben. Oh, oh. Ja. Oh, da wird es wieder überholt. Das wird aber Ollerin nicht gefallen. Oh, oh. Leisure Time. Was macht man bei der Leisure Time? Oh, oh. Jetzt wird sie mal töten. Jetzt. Jetzt wird... Oh, ja. Wo ist der Tote? Ja, sorry. Es muss Ollerin Tilda sein. Kann ja sein, dass hier oben schon wieder einer stirbt. Wo ist die Prinz? Also, ich mein, ich hab sie jetzt natürlich nicht beobachtet, ne? Valre Williams. Ja. Also, ich geh tatsächlich auch auf Ollerin Tilda. Ich hab bloß nix... Also, niemanden, der sie entsperren könnte, ne? Der Knast steht auch noch nicht. Oh, der muss aber nur noch aufgebaut werden. Ja, und wir müssen unbedingt natürlich... Äh... Oh, da ist es. Die Suche. Äh, ein Wachboss. Am besten zwei. Und wir werden es nicht können, weil wir keine Brustpanzer haben. Ich könnte Brustpanzer kaufen. Mach ich aber nicht. Oh, ich hab acht Arbeiter zu wenig. Oh, auf jeden Fall Menschen. Oh, wir haben aber 22 Tage Essen. Gib mal einer an. Es geht doch gut voran. Another killing. The Collector. Ja, es... Es muss sie sein. Also, ganz ehrlich. Kann ich mit ihr irgendwas mal anstellen, bitte? Gift free drinks. Ich würde sie gerne töten lassen. Prosecute. To workplace. Ah, ich kann sie halt nicht einsperren, ne? Ja, sie ist es auf jeden Fall. Okay. Okay. Also, weil es spricht einfach alles für sie. So, der Knast steht schon mal. Ich weiß nicht, wer sie einbuchtet, aber es muss bitte jemand machen. Theft. Vandalism. Flashings. Flashings. Vandalism. Thefts. Burgers. Burgers gibt's auf jeden Fall. Wer buchtet Menschen ein? Okay, ich muss irgendwie importieren. Ich hab 2.500 Euro. Warren. Was kosten mich denn... Ist das im Ort? Was kosten mich denn die Dinger? Haha. 578. Nicht euer Ernst. So, wo kann ich denn diese Dinger herstellen? Oder kann ich die schon herstellen? Wo ist meine Schneiderei? Äh... Hier oben irgendwo, ne? Hier. Kann ich das? Ja, ach Gott, kann ich sogar schon herstellen. Na wunderbar. Dann machen wir das. Wird leider eine Weile dauern. Ah, das wird aber eine ganze Weile dauern. Wir werden auch kein Fell mehr haben. Leder meine ich. Jo, estimated this year 26. Also in 6 Jahren haben wir ungefähr die beiden Wachposten fertig. Hahaha. Ja. Das... Ähm... Wird dauern. Das wird aber eine ganze Weile dauern. So, wir holen uns noch mal 18. Tilapia. Sind immer noch Leute obdachlos? Ich meine, ich habe jetzt auch sehr, sehr lang keine Wohnung mehr gebaut. Können wir eigentlich nochmal machen, ne? Housing. Housing. Weilen Familienhauser. so genau auf dreckwege dann kann man hier vorne auch noch mal so einen kleinen boden und allerdings bauen eine feuersteller und vielleicht auch noch eine kleine bühne so dann haben wir das was mangel was mangel möbel mangeln warum möbel holz haben wir stein haben wir auch noch ein bisschen dekoration dekoration aber zwei bäumchen hinsetzen hier kann ich auch einsetzen in die mitte aber da war ein bisschen bisschen was die optik gemacht was ist das hier steine entfernt ja so sind schon leute im knast wer seid ihr wartet auf arbeit gefängniswärter ach so ja ihr holt die leute leider nicht ab na das ist ein problem das müssten die halt auch noch können aber dafür habe ich ja die wachposten bei der jem 0 ok für schwierig war da mal ich selbst bei jungen klo hin was so eingang natürlich so habe ich auch noch mal ein kleines klo set was die leute nutzen können extrem temperature na klar warum auch nicht hatten wir ja lange nicht mehr und möbel produktion ganz ehrlich hier können wir auch mal steine setzen jetzt ich würde es gerne halt durchgehend machen hier den weg nach oben können wir vielleicht mal machen und den groß obwohl wir fangen mit dem großen platz hier an so mal erst mal den platz hier aus stein beziehungsweise können wir auch die dicke gleich mitmachen trail goes gold it's been long now without any collector here stop taking a break move away who knows will he return let's hope not undoubtedly he these events will never be forgotten but the new cratonia are slowly getting over the tragedy ok also das geht ach wir können sogar die eingänge machen oh das habe ich noch nie gemacht die eingänge sind immer so dreckig so jetzt haben wir auch keine steine mehr steine entfernen zack bisschen was bitte hier liegen auch noch steine rum ne there was an accident not excellent 26 tage essen achso wir haben auch gerade geerntet guck doch mal an wie es nach oben schießt ululu schön i like it noch mehr menschen bitte immer noch sechs obdachlose naja ihr werdet euch schon neue sachen finden so die bühne steht wunderbar wenn die leute hier oben auch nochmal ein bisschen entertainment genießen bene dem er läuft eigentlich über die bühne rüber ne ihr lauft hier unten lang ne ja ok ist aber ok ist das hier natürlich ein bisschen sinnfrei aber Ja, ist egal. Ist egal, du. Legt mehr Möbel. Man hat immer Probleme, ne? Möbel. Metall. Gut, über die ganzen anderen Sachen reden wir einfach gar nicht, weil die sind komplett bei Null. Ja, wir müssen vielleicht noch mal ein wenig hier investieren, also. So, nochmal 10 hier in die Dingsmine. Metal, äh, Metal, die Lehmmine. Vielleicht hier oben auch nochmal Häuser bauen. So. Wege, Dirt. Dirt ist ja Hobby. Wie gesagt, der Weg müsste eh nach oben irgendwann gehen. Aber das können wir ja mal setzen. Bro. So, geht's weiter. Ich kann den Weg auch selber zeichnen. Muss mich da nicht auf andere verlassen. So. Weiter hoch. Immer weiter hoch. Und dann müssen wir irgendwo da oben rauskommen. Wie gesagt, auch hier ist es eigentlich egal. Naja, selber bestimmen, wo ich ändere. So. Dann machen wir hier mal so einen Verbindungsweg. Einmal um den Berg rum. Als Umgehungsstraße. Ich weiß ja nicht, ob der von den Hausmeistern abgedeckt ist, aber... Ja, sieht gut aus. Hier unten bin ich mir... Ach wohl, hier ist auch nichts rot. Nö, sieht sehr gut aus. Wird alles abgedeckt von den Hausmeistern. Perfekt. Sehr schön. So, wo ist denn hier Frau Afari Milani? Wie hieß er? Hollerin Tilda. Wow. Ach nee, Afara war die... Meine erste Verdächtige, die ich hatte. Hitschlicherweise. So, Umgehungsstraße steht. Lechter fangen? Ja. Fuck you. Ein dickes, fettes Fuck you an... den Zufallsgenerator. So. Ah, es fehlt immer noch so viel. Wo sind wir bei den Möbel eigentlich? Wieso habe ich denn... Ich habe 23 dieses... Achso, wir sind doch im Februar. Ähm. Ja, doch, tatsächlich. Wenn man es so nehmen möchte, sind wir im Februar. Frühling, meine ich. Frühling, frühlang, frühlong. Noch sechs Obdachlose. Ach, da ist sie doch. Hollerin Tilda. So, sie hat es immerhin geschafft, jetzt allein zu wohnen. Sie soll immer noch verhaftet werden. Irgendwann mal. Wenn es die Zeit zulässt, bitte unsere, ja, Bevölkerung. So, jetzt vergessen wir, wo wir waren. Hier waren wir. Dann machen wir einfach hier die gesamte Ecke jetzt mit Steiner. So, dann machen wir hier hinten die Ecke auch gleich noch. Also den Friedhof. Das geht dicht. Guck mal, man, das hier auch gleich alles dicht. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Nee, da habe ich zum Beispiel ein Eck übersehen. Und? Ja, doch. Das, die Eingänge sind auch alle gemacht worden. Okay. So, das müsste man theoretisch upgraden. Geht nicht. No Metal. Ich habe schon wieder nur ein Metall, ey. So, das haben wir. Ausbruch. Der Weissschimmer. Ja gut, das ist aber eine Sache, die kann ich akzeptieren. Ich muss tatsächlich immer die ganzen Eingänge noch machen. Aber nicht bewusst, dass ich das extra versetzen muss. Äh, ja. Gut, das kann ich nicht machen. So, das muss ich auch noch einen Eingang geben. Ja, hier ist es. Nein, nein, abbrechen. Und hier müssen auch nochmal alle gesetzt werden. Achso, hier unten geht es ja noch weiter. Zack, zack, zack. Andere Seite ebenfalls. Zack, zack, zack. So, halt. Da geht es weiter. Das ist ja eigentlich für eine komische Konstruktion. Könnte ich auch nochmal Häuser setzen, ne? Sind aber Etagenwohnungen? Ne, sind keine Etagenwohnungen. Mehr Familienhäuser. Ich glaube auch nur noch eins hin, ne? Könnten hier nochmal Etagenwohnungen setzen. Nein, Sklavenhändler. So, und dann bauen wir hier einfach auch nochmal zu. So, plus ich würde sagen den Weg nach hier unten und das können wir hier auch nochmal setzen. So. Aha, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich weiß es doch selber, dass man das nicht macht. Ah, ich lerne es aber auch einfach nicht, dass ich das nicht machen soll. So. Weil dann die Wände weg sind. So, ich hoffe, jetzt geht es wieder. Ja, ziehen schon die Leute ein. Sehr schön. So wünsche ich mir es. Immer noch sechs Obdachlose, aber passt schon. Häuser sind auch direkt weg, ne? Ja. Ich könnte natürlich hier nochmal eine Reihe setzen. Das sind ja auch nochmal Etagenwohnungen. Quasi so anschließen. Ich denke, das machen wir. Dann auch perfekt. Schon fertig. Dann haben wir das nämlich auch. Und ja gut, kommen wir noch sechs Obdachlose. So. Cool. Cool, cool. Alter, fünf Leute sind tot. Verhungert. Oh, ich habe keine Rations mehr. Sorry. Äh, sorry. Hahaha. Das tut mir leid. Die Leute verhungern in der Psychiatrie. Ja. So, stellt jetzt schnell wieder welche her. Ich lasse das jetzt noch durchlaufen. Wir haben mittlerweile 27 Tage Essen. Alter, guck mal hier. Eins, sieben plus. Eins, neun plus. Davor eins, vier plus. Davor siebenhundert plus. hij, löft, et löft. Untertitelung. BR 2018